Alter, er ist im Ernst in die Dinger reingerannt, ne? So kann man sein. Machst du den? Da ist noch gar keiner, oder? Ich höre da was hinter. Doch, da ist ja jemand hinter. Ich hab dir die Beine gesehen durch die Wand. Ist keiner. Wieso schießt der? Wieso? Muss ich das verstehen? Weißt du, er wird von dir beschossen. Guck dir das an! Guck dir das an! Weißt du, guck mal, er hat die Option. Entweder er tötet denjenigen, der ihn gerade beschießt, oder er läuft um die Ecke, weiß auf magischer Art und Weise, dass ich da stehe und tötet mich. Und wird dabei abgeschossen. Was war ihm wohl wichtiger? Oh, nee. Wie ich sowas schon wieder sehe, wa? Krieg ich echt zu viel bei sowas. Oh, Inge, ey. Ja, was soll das? Hast du ne Erklärung dafür? Das ist Inge, ey. Weißt du, das ist in der Regel. Ja, wir sind in der Regel.